Ach, die sind unten, die sind drüben bei einem anderen Lager. Ich hab die Kuchen da jetzt reingelegt und die... hä? Kannst du mal in die Kiste gucken? Ist nichts drin? Ah, jetzt. Hat irgendwie ne Zeit gedauert, bis das Spiel ist geladen. Aber die Uhr läuft nicht ab. Das sind Level 38er. Ja, die haben auch schon diesen Teil gezutzt. Was ist? Was sind das? Hallo, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wer hier ist. Wo? Hau. Bei mir. Jo, warte mal, hier ist irgendwie einer hochgekommen. Guck mal zu mir, wer hier ist. Der will sich rächen. Das ist Mr. Crenhunter. Ne, der gehört zu uns. Das ist unserer. Ach so, ich dachte, ich dachte, der will sich rächen. Ne, ne. Ich dachte schon, der wär das. Na, der eine auf Rückzug. Ne, die laufen alle weg. Ne, mein Gott. So, dann schauen wir mal. Die Biene, eine Biene ist gestorben. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Ja. Okay, dann tauschen wir die Biene mal aus. Ich stehe die ganze Zeit unten links bei mir. Hat Zuckerwatte gegessen. Hat Zuckerwatte gegessen. Hat Zuckerwatte gegessen. Ich, ja? Alle Gegner zurückgeschlagen. Geil. Warum hab ich keine Biene mehr? Doch, da. Diese Biene, die ich meine, nennt sich Jonas. So, auch ein neues. Jetzt geht's zur Crea. Ja, viel Glück. Glaubst du nicht mit? Äh, ich, ich will erstmal ein bisschen, als wir's machen, aber du konntest schon mal gehen. Oder wie wär's, wenn wir Robin Hood uns holen? Terra Robin Hood. Können wir auch mal. Ich glaub, da bräuchte ich dich aber. Ich glaub, der fickt. Der fickt rein. Aber bis jetzt seh ich hier keinen Robin Hood. Ach, der, ich esse von selber auch einfach. Ach, du isst auch? Ah, okay. Ich glaub, er hat Zuckerwatte gegessen. Und das ist kein Pell nach dir benannt. Nee. Okay. Ja, aber ich komm mal mit. Oh, warte mal. Was chillt hier rum? Dutzi. Haben wir Dutzi schon? Elektrozyk. Und Dutzi sagt mir jetzt nichts. Das sind drei Robin Hood links. Ich will mir erstmal Dutzi. Okay, der hat mich gespottet. Der will Krawall. Die wollen Krawall. Dutzi fickt mich. Bin paralysiert. Selbst die gelben sind schon zu schlechte Dutzi. Ich seh, wie du aufmuckst bei Robin Hood. In der Hood. Bei drei. Oh mein Gott. Nee, ich bin halbtot durch zwei Dutzi's. Okay, ich hab... Oh Gott. Ich hab keine Sphere-Small-Gift benutzen können. Oh, oh. Egal. 400 Leben. Komm, ich muss den einen noch umbringen. Oh, nee, Digga. Gut. Oh, nee, aber da ist auch noch ein 42er Vogel, der jetzt aggressiv auch nicht ist. Dutzi hab ich gefangen. Ja, das ist auch ein Vogel, der aggressiv auf dich ist. Warum auf mich? Ja, die sind von Haus aus aggressiv. Das andere Dutzi wurde umgebracht. Der rote Vogel da oben, oder? Jep. Au. Au, 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 au. Okay, abhauen. Oh, okay. Hier liegt ein totes Robin Hood. Ja, ich muss zwei umbringen. Bist du schon weg? Ich bin, ich bin abgehauen, ja. Ich bin fast tot. Ich war auch fast tot, jetzt regenerier ich hier. Ich seh, jetzt der Vogel ist aggressiv auf mich. Er will meinen Arsch. Und jetzt, wo ich mein Wasserflug nicht dabei hab, greif mir so ein Feuerhuhrenson an. Ja, so ist das. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe gleich. Ja, ich glaube, du packst es. Der ist Level 42. Ja. Kann noch mal kommen. Mach dir nur 100 Damage mit der Armbrust. Ah, warte, der Vogel ist stuck. Ich glaube, jetzt kann ich gut ein paar Hitze verteilen. Ich mach ihn aber nur noch 38. Keine Ahnung, wieso auch wenn es Headies sind. 35. Ich schieße ihn in die Fresse und es wird nicht als Headshot gewertet. Müssen wir ihn fangen, oder? Ja. Oh, der Baum ist... Ah, fuck. Robin Hood jetzt neben mir wäre, glaube ich, auch einer. Ja. Der ist auch noch ein zweiter Vogel. Warum müssen jetzt auf einmal so viele Vögel hier chillen? Das ist eine gute Frage. Okay, Robin Hood ist tot. 0,04 Prozent, dass ich den fange mit einer gelben. Okay, krass. Habt ihr eigentlich schon bessere als rote? Nee. Komm mal deinen Pell rein, falls du eins hast. Nee, hab keins. Er ist tot. Ich glaube, der andere hat ihn getötet. Das ist interessant, dass sie auch gegenseitig ihren Arsch wollen. Ja. Jetzt ist es viel zu warm, wenn ich den Feuertippen draußen lasse. Scheiße. Wumpo, wo bist du? Brauch dich. Okay. Oh, ich brenne. Wumpo ist bei dir und schützt dich. Ja, ich glaube, ich muss weg. Oh nein. Versuchst du ihn zu fangen? Ja. Ab ihn. Nice. Okay, der andere hat noch zu viel. Au. Brauchst du noch Hilfe oder wollen wir abhauen? Wir können abhauen. Kannst du ihn auch fangen? Nee, ich habe keines Führers. Können abhauen. Ja, warte, dann können wir ihn auch kurz noch umdrehen. Das stimmt. Ich werde mal ein gelben drauf. Ah. Gelb macht ihm gar nichts. Naja, okay. Vielleicht, weil er auch noch zu wenig hat. Äh, zu viel. Ich denke, ich treffe ihn nicht. Ich treffe immer nur den Baum. Der nicht vorhanden, ne? Wenn du das noch mal versuchen willst. Ich habe noch einen gelben sonst. Jetzt danach habe ich noch einen. Ich werde mal blau auf ihn werfen. Ne, ich glaube nicht. Ne. Dann... Ah, Bumbo ist tot. Oh nein, was rum? Oh, da hinten ist das Gelbe, wenn mir egal, falls du eins haben willst. Ne, hab ich schon mal gesehen, aber ich konnte es nicht fangen damals. Da kannst du auch keine blauen draufwerfen. Leider, leider, ja. So, wo war denn der? Da ist das. Der Waypoint. Ja, hier ist noch so ein Schlafender. Noel hat mir geschrieben, hä? Was mit dem? Okay. Das krieg ich gleich mal. Ach, der hat mir nur ein TikTok oder so geschickt. Okay. Hm, YouTube Short hat der mir geschickt. Ey, lass mal pengen gehen, dann für Bumbo. Jo. Ah, das ist Level 30 geworden. Hm. Ja okay, aber ich... Ja, Bumbo lebt. Okay, krass, aber wusste ich jetzt gar nicht, dass es so geht. Ach, der dumme Wichser ist schon wieder stuck da oben. Wo? Ah, der Garados? Ja. Ja. Dann hol ihn mal raus und pack ihn wieder rein. Gibt es eigentlich noch so coole Pelz zum Breeden? Ja, wir haben... Gebrüht haben wir glaube ich noch nicht alles. Wie wir haben. Ich glaube ja, es gibt noch ein paar. Oh. Ja okay. Hast du noch Paldium Bruchstücke? Hm, ne, ich hab keine mehr, aber hinten noch... Vielleicht sind hinten noch welche. Ja, das würde dann... Ja, nicht in der Kiste, sondern da hinten machen wir gerade welche. Jetzt weiß ich nicht, ob die schon fertig sind. Ja, 199. Ich kann noch ein paar Dings machen. Ja, 199 waren noch fertig, ich pack die mal in der Kiste. Okay. Dann mach ich glaube ich noch ein paar Spurs. Ja, passt. Okay. Aber für mich war's das jetzt. Jo. Das war's mir der Gedanwürt. Ja, da war's mir.